Das ist München in Oberbayern. München ist eine sich entfaltende, ruhmende Wirtschaftsstadt. Leider ist München mit 75% Export immer noch ziemlich abhängig von der internationalen Wirtschaft. In dieser Stadt lebt Max. Max fängt gerne ab am Gärtnerplatz mit seinen Freunden und dreht hier seine Kurven mit seinem selbstgebauten Longboard. Max ist nämlich Schreiner und hat hier diesen Trend mitgebaut. Außerdem lebt hier Clara. Clara liebt die Natur im englischen Garten und ist außerdem ziemlich verspielt. Deshalb hat sie das erste zusammenklappbare Schaukelpferd erfunden. Nun haben allerdings Clara und Max ein Problem. Wo sollen sie ihre Prototypen bauen und wie sollen sie an Kunden kommen? Aber nicht nur Clara und Max haben ein Problem. Auch Leo hat eines. Leo ist Grafik- und App-Designer. Sein Job hat jetzt eine hippe Berlinerin. Nun ist er selbstständig und will nicht nach Berlin. Aber wo soll er seine Kunden herbekommen? Die Lösung ist ganz einfach. Hand und Fuß bringt alle unter ein Dach. Medienschaffende, Kreative und in der Werkstatt auch Handwerker. So wollen wir regionale, branchenübergreifende Synergien fördern. Denn München ist genauso kreativ wie Berlin. Bloß wirtschaftlicher. Dadish ist genauso kreativ. Wer hat das? Und ég sind auch nicht ein paar Bälle.